okay zwei sachen wenn ich zum beispiel schaffen sollte von könig arnulf ein geheimnis aufzudecken dass er ebenfalls ungläubig wäre wäre der so dermaßen unten durch beim papst schon von anfang an da okay dann habe ich dich bestimmt schon begrüßt bloß nicht ich habe zwei monstern hier endlich sind die ruhig momentan hat man das gefühl ich habe den ganzen kindergarten hier okay ach quatsch der stärker geworden aber ich müsste doch wirklich alle rufen und mir einigermaßen schutz und dann noch seine sollte die leute ich glaube es wird nichts wir werden uns was realisieren müssen ich könnte ja trotzdem obwohl ich was alt bin der trotzdem noch den anspruch geltend machen ja wir machen das so ich werde jetzt seine sprache erlernen so neun kann ich ja insgesamt momentan dann schicke ich meinen rats spitzel los der soll jetzt bitte hier mit einer durchaus hohen wahrscheinlichkeit auch noch zusätzlich soll er hier bitte mal geheimnisse aufdecken in der hoffnung wir decken auf er ist ungläubig oder ketzer hexer was auch immer aber in der zwischenzeit während ich die sprache lerne werde ich mich ihm unterwerfen ich werde ihm die treue schwören sogar mit niedrigen pflichten warum nicht würde er annehmen so treue schwören damit ist er jetzt in europa glaube ich der mächtigste herrscher ja was die militärmacht angeht ist er der mächtigste jetzt achso mein bündnis ist doch nicht akzeptiert worden meine meine treue schwur kommt noch so damit haben wir es jetzt schließen wieder öffnen er zeigt noch nicht richtig an hier zeigt mich als war sei noch nicht an ok ich glaube das ist der beginn eines wundervollen war sein tums er er denkt noch nicht mal an sowas wie eine freundschaft ist ich biete mich ihm an mit 4000 mann plus verbündete und er so geil war sein so meine bündnisse bleiben bestehen praktischerweise niedrige steuern niedriges aufgebot so was zahle ich denn an ihnen 2,5 prozent nur das geht die gläubigen rüsten sich zum krieg ein päpstlicher gesandter erreichte mein hof mit kunde aus dem vatikan papst alexander forderte alle alle christlichen herrscher auf zu den waffen zu rufen als katholischer herzog wird von mir erwartet dass ich meine männer auf die unterstützung dieses heiligsten aller kriege vorbereite dem die weltkirche selbst gut heißt all jenen die den kampf gegen die üblen und gläubigen unterstützen die die heiligen städten von jerusalem schenken verspricht der heilige stuhl da ist er wieder ja der heilige stuhl ja umfassende absolution von allen sünden und einen garantierten platz im himmelreich oje oje ich verspreche mich dem von kreuzzug ausgerufenen heiligen krieg anzuschließen ne dem von papst ausgerufenen heiligen krieg bitte sobald dieser beginnt bringt mir 90 glaube kreuzzug königreich von jerusalem kriegskasse erhält 1000 prestige und 300 glaube oder aber ich werde diese heilige sache gern finanziell unterstützen kann ich es gerade 104 und die kriegskasse erhält damit 104 ich erhalte dafür auch wieder glaube wann ist eigentlich die nächste stufe noch mal oder vielleicht sollte ich mir überlegen mich dieser sache anzuschließen was jetzt was bedeuten soll kein direkter effekt ach so dann kann ich mich danach noch mal beteiligen wahrscheinlich ja komm wir haben jetzt nicht so die religiösen eifrigen tunen ich würde sagen mach mal wenn du hilfe brauchst schrei also mit heimlich hello kitty alles klar jetzt müssen wir erst mal huldigen gehen wir müssen einfach sagen da schäfer ich bin dann jetzt mal der neue reist an den hof von könig arnulf um zu huldigen geschenke verbessern die belohnungen blablabla huldigungsgeschenk auswählen kosten übrigens noch zusätzlich 100 prestige ich könnte aber belassen oder aber ich lege noch 55 gold oben drauf vielleicht macht er mich ja dann zum ratsverwalter oder passen noch geiler wäre er macht mich zum ratspilz dann kann ich ihm gleich in durch den rücken stoßen auch wenn ich charakterlich nicht so geeicht bin aber vielleicht entwickelt sich ja noch irgendwas durch meine spionage vielleicht hat er ja irgendjemanden umgebracht oder so wo ich sage hey das geht aber gar nicht hier sieben kinder und du tötest die 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 letzte elternteil oder so warum sollte ich ihm gold geben ich will sein ich will auch sein thron ich mache einfach huldigung so bedienstete geleiten mich in den großen seil von könig arnulf in paris wo er auf seinen thron sitzt und darauf wartet meine schwur zu hören ich mache mich daran vor ihm nieder zu knien doch in meiner eile stolpere ich und lande vor seinen füßen ach du heilige ich wuchte mich in die höhe und leiste dennoch die eide auch wenn meine wangen vor dem versammelten hof vor lauter röte geradezu brennen peinlich damit ist die zeremonie abgeschlossen der der könig kann von mir nicht mehr erwarten als mein versprechen treu als seinen verseil des reichs zu dienen zu meiner überraschung verhält sich arnulf fast als wäre nichts geschehen und nimmt meine huldigung voller anmut entgegen ist ja wie nachsichtig oder so nene erst noch erst hat nur demütig tapfer unersättlich und ehrlich vielleicht weil wir eine gewisse zuneigung zueinander schon haben aufgrund unserer togenden möglich kultur akzeptanz ist aber so gut wie gar nicht darf ich ganz sicher okay haben wir glück gehabt glück gehabt auf jeden fall unsere dynastie erhält 25 bekanntheit war keine neue stufe erreichen außerdem gewinnt er zehn meinung von uns und die huldigung endet das ist eine petition seit schon bei einer aktivität so ja hier jetzt der heilige krieg moment da es geht um kann ich das ich kann das hier nicht zur seite ziehen wo es geht um fati mit welches auch hier drüben jerusalem ich glaube hier oder da hier so ungefähr müsste die guter dann glaube ich dann war geschluckt hat und die haben jetzt schon siebeneinhalbtausend leute reingeworfen ich unsere seite sechseinhalbtausend leute noch keiner ist so wirklich drinnen ja außer die beiden parteien tausend gold liegen bereits drin was bringt es überhaupt prestig oder glaube die kriegskasse einzulegen ach so nein moment ich verstehe quatsch man kann nur gold und männer für diesen krieg spenden und wenn der große religions krieg gewonnen wird wird dann das gewonnene prestige und der gewonnene die gewonnene frömmigkeit die dann während des kriegs verdient wird aufgeteilt auf die mitglieder wahrscheinlich anhand ihrer kriegsbeteiligung ok 104 gold spenden oder kreuz zu beitreten teilnehmer können einen teil der kriegskasse erhalten und ihr begünstigt da könnte herrscher von königreich von jerusalem werden aha aber kümmerbichtet da hinten ich bin ja kein religiöser fanatiker hier in meiner britannia wir haben eine viel viel wichtigere aufgabe wir müssen immer noch wir müssen ja immer noch den heiligen käsetoast finden und ich sehe gerade er hat seine hauptstadt verlagert und einen fetten bürgerkrieg ja aber ein richtig fetten bürgerkrieg und er kriegt ja maßen auf die fresse dabei zwölftausend leute greifen ihn an er hat so kakon zwainson zwainson hatte ich da nicht und wohin geheiratet war da nicht was ne 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 könnte ich jetzt aber mal probieren der ist ja definitiv der nächste gewinner ach so ich muss erstmal ne tochter auswählen enkelin enkel nur enkel ok nehmen wir halt nen enkel nicht matrilinear er würde annehmen er würde annehmen er ist jetzt noch herzog wird aber bald könig so wie es ausschaut er selbst wird der könig oder er ist ein polizei gerät prinz sie gerät wer ist denn jetzt prinz sie gerät warte mal rem & ähm wört auch kein bündnis ergeben wir essen hier über die 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 da sean harold son warte hier heirat enkel machbar Agnil-Sächsisch, was wir ja schon sprechen. Herrisch, okay. Jetzt schon sechs Kampfgeschick, alter, was? Die muss Schottin sein. God wins. Vater. Schotte, ich sag's doch, nee, nicht Schotte. Aber sehr nah dran, sehr nah dran. Wird er ablehnen. Ah! Matrilin ja auch. Oh. Ah, nee, Quatsch. Nee, nee, nee. Ich will den Enkel ja behalten. So, warte, wer haut ab, Benni? Tschüss! So, Leute. Mach den Beruch nicht nach. Das ist sowieso schädlich. Habe ich unten eine wichtige Nachricht verpasst, um was zu überlesen? Was an mich gerichtet war? Nee, ne? Oh, Lalania. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Hau rein. Sie guckt am Tablet noch weiter zu, aber verzieht sich aus dem... Verzieht sich jetzt in den Lurk. Ach so, okay. Na gut. Das Wasser Marsch an dich, äh... So, jetzt bin ich weg. Wasser Marsch. Ach so, wird dich gewirkt. Verdammt. Nicht mal verarscht hat er mich. Ihr macht es doch nur, dass ich so viel trinke, dass ich ständig Pinkelpause mache. Und dementsprechend ihr dann den Stuhl zu sehen bekommt. Ah, verschluckt. Ein bisschen. Hier ist nichts drin. Ah. Ah, warte mal. Ah, so. Ah. Mimimimi. Naja, fast. Oh, wieder voll die Stimme jetzt verändert. Ah. Und am Heulen. Alles so traurig hier. Nicht mal die wollen uns heiraten hier. Sauerei. Nee, dann kann man nicht jetzt höchstens nach Bündnisrelevanz nochmal gucken für ihn. Ach so, ist ja wieder hier Empfänger, einer klar. Ja, weißt du, du? Angelique 1993 cheered. X8. Stimmbruch? Jaja, schon der dritte. Mistikaki. Mistikaki, 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 Mistikaki. Wie sehe es? Jetzt eigentlich auch aus mit dem Anspruch. Keine Besserung. Hätte sein können. Aus welchen Gründen. Ach so, jetzt darf ich Petitionen machen. Alles klar. Ich hätte gerne Ratsposten. Weil ich bin klug. Oder ein Untertanen umsiedeln? Was? Darüber suchen. Ein Teil der Bevölkerung seines Hauptsitzes an euch zu übertragen. Wieso? Oh, das wiederum wäre wichtig. König Arnulf darum ersuchen, ein Stadtbesitztum in euren Graschaften zu finanzieren, was mich sonst 400 Ocken kostet. Und er hat ja 700. Da muss ich das nicht selbst machen. Bekomme eine weitere Stadt hinzu bei einem Besitztum. Wir haben ja mehrere freie Bauslots noch. Muss das nicht selber bauen. Wenn er zustimmt. Und ich bekomme daraus die Einnahmen und die Aufgebote. Klar, es wird wieder ein Bürgermeister da drin sein. Es hat ja dann wieder so etwas Ähnliches wie eine Republik ist es dann. Was ist das für ein Symbol? Ich probiere das mal. Kostet mich wieder 100 Prestige. Okay. Ich hätte vielleicht erst mal warten sollen, bis ich die Sprache spreche, wa? Stimmbruch, der hat nicht mal Haarwuchs. Klappe, Fenrir. So, ich werde in den Thronensaal von König Adolf eskortiert, wo er mir bedeutet, mich ihm zu nähren, nähern und den Namen zu sprechen. Sprechen kann ich ohnehin mehr. Ich lege meine Argumente für die Entwicklung der Siedlung Glorient in Graschaft Kanalie. Kanalie, ja, ja, hier, Kanalie ist doch unsere Hauptgraschaft. Und liste alle Vorzüge dessen so auf, wie ich es geübt habe. Nachdem er sich die Ansprache angehört hat, sitzt er einige Augenblicke lang schweigend da und bedenkt meine Bitte. Schließlich spricht er mich an. Ihr habt einige gute Punkte vorgetragen. Doch wenn ich eurer Bitte stattgeben soll, brauche ich etwas als Gegenleistung. Gewiss erkennt ihr, wie wir beide einen Gewinn daraus ziehen können. Wenn wir zu einer Übereinkunft kämen. Entschuldigung, er will erst ein Druckmittel haben. Ich könnte ihn jetzt versuchen, auf eine andere Weise zu überzeugen und nochmal Prestige einsetzen. Oder aber, er erhält ein schwaches Druckmittel gegen mich, würde aber sofort die Finanzierung gewährleisten. Er selbst gibt sich damit Hofpracht, was ja später noch sehr wichtig ist für uns. Er gewinnt zehn Meinungen von mir. Und wir beide erhalten nochmal 25 Bekanntheit. Beginnt den Bau von Stadt in Lorien. Keine Kosten werden zurückerstattet, falls der Bau manuell abgebrochen wird. Oh, ich könnte ihn ganz fieserweise so das Geld aus der Tasche ziehen. Nightbot diskriminiert mich, natürlich. Weil normalerweise, wenn ich streame, bist du ja nicht anwesend, weil du auch streamst. Außer man hast du mich auch gerade diskriminiert. So. Oder aber ich sage, bist du bescheuert? Hier, Stinkefinger, tschüss. Aber das schwache Druckmittel, was könnte er mit dem schwachen Druckmittel anfangen? Ich könnte meine Vaseinbande anheben, würde ich behaupten. Aber ich glaube, er kann mich auf Titel aberkennen. Shit. Nein? Probieren wir es anders. König Arnulf denkt einen Augenblick lang nach, je er ruft. Boudwin, ich brauche euren Rat in dieser Angelegenheit. Der hochgeborene Ratsverwalter tritt eifrig vor, seinen Geldbeutel in den Händen. Ja, eine höchst delikate Angelegenheit, mein Fürst. Graf Fulkis, der Ratsmarschal des Königs, beobachtet alles still aus der Ferne. Könnte mir ein praktisches Argument und seine Unterstützung sichern? Wie hoch ist mein Diplomatiewert? 15. Das ist schon gut, oder? Ja. Der König wendet sich wieder zu mir zu, doch seine Aufmerksamkeit schweift bereits ab. Ich muss irgendwas tun. Graf Fulkis, der hat 12. Ich könnte ihn tatsächlich beeinflussen. Ich weiß genau das Richtige, um Boudwin ins Strauch hinzubringen. Sieht sehr schlecht aus. Hier sieht's auch schlecht aus. Boah. Aber schon besser als hier oben. 29 Prozent. Komm, probieren wir's. Er könnte 10 Meinungen von mir verlieren. Mist. Schiefgegangen. Ah. Arschkeks. Spielinhalt umbenennen. Käse Toast Town. Welche denn? Unsere Hauptstadt? Oder die ganze Grafschaft? Nee, wir machen die Stadt. Geht ja um das. Um die Stadt. Na, hier. Käse Toast Town. Käse Toastig? Wir tun mal so, als wäre das ein Käse Toast, okay? Wir tun mal so, als wäre das hier ein Käse Toast. Oder zwei Streifen Paprika oben drauf liegen oder so, ja? Ist das ein Deal? Bestimmt. Detailanpassung. Ah, hier kann ich die Position bestimmen. Ich kann's auch drehen. Oh, oh. Und größer geht auch. Oh. Cool. Jetzt habt ihr sogar schon Käse Toast Emotes gefunden. Ihr seid doch bekloppt. Wie wäre das mit Schweine im Weltall? Was? So. Welches Thema jetzt hier? Achso. Meinst du, die können da leben? Meinst du nicht, dass Hühner besser wären? Ihr seid doch bekloppt, Leute. So. So. Käse Toast Town hat jetzt auch noch einiges Emblem. So. Abgeben. Da ist es. Käse Toast Town. Haben wir es geschafft. Wunderbar. Aber schade, schade Schokolade, dass er hier in Lorient... Äh, warte mal. Moment mal. Hä? Er hat doch die Meinung verloren. Aber er hat gebaut? Ähm. Ähm. Er hat's gebaut. Er hat's gebaut. Er ist so blöd. Er ist so blöd. Er hat's gebaut. Ähm. Geil. Nice. Hat auch so Stadt geschenkt. Cool. Das wird uns vorwärts bringen. Definitiv. Hier, Stadt zum Beispiel. Steuern 1,56. Aufgebote ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Auch welche Entwicklung da steht und so weiter und so fort. Und wie sie auch schon ausgebaut ist, sind halt auch nochmal welche da. Aber größtenteils Steuern bringen sie halt ein. Wenn man sich jetzt hier eine Burg anguckt, 1,2. Während hier schon 1,57 stehen. Nur mal so am Rande erwähnt. Oder hier, da ist ja das Beispiel 1,76 ansteuern anstelle von 0,77. Meine Tochter Enora hat eine Enkelin zur Welt gebracht. Will noch jemanden Namensinhalt benennen? Wenn ja, dann bitte jetzt die Kanalpunkte ausgeben. Und mir sagen, wie diese Tochter heißen soll. Äh, Enkelin heißen soll. Ach, das ist die, die mit dem Iren verheiratet. Das ist ja die Zwergin. Ne? Genau, die Zwergin. Ja, natürlich. Da musst du schon vorher die Punkte für ausgeben. Kann ich mir einlösen? Tja. Wodka am Krug? Wie, bei dir oder was? Wieso? Fenrir. Keine Punkte mehr. Tja. Fenrir, hast du ausreichend Kanalpunkte, um Spielinhalt zu benennen? Hab noch Punkte, aber... Du willst die Punkte für was anderes verwenden, oder wie? Nee, bei dir ist es so durchsichtig. Was ist durchsichtig? Was meinst du? Was soll durchsichtig sein? Terrorzwerg. Ha, der hat die tausend Kanalpunkte ausgegeben. Für Angelique, damit sie Angelique heißt. Wunderbar. So, Fenrir, trotzdem. Was meinst du bei mir so durchsichtig? Was soll hier durchsichtig sein? Ah, Fianna, oi, Punky, da kommst du zu spät und du hättest auch Kanalpunkte dafür ausgeben müssen. Noch wer, ich hau einen raus. Hä? Fenrir, bist du besoffen? Was ist los bei dir? Alter, ich verstehe nicht gerade, Junge. So, möchtet ihr stark und weise werden? Tja. Moment mal, was, wie wär wo? Nee. 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 Aber man kann doch nur einmal pro Stream, oder? Nee. Namensvergabe? Müsste eigentlich mehrfach geltend sein. War eine Fehlermeldung gerade. Wo? Was? Wie? Wer? Hm? 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 Moment, ich schau mal irgendwas nach. Moment, ich schau mal irgendwas nach. So. Oh! Pro Benutzer ist noch auf eine Person, äh, auf einen geeicht. Okay. Habe ich jetzt mal angepasst auf mehrere Pro Benutzer? Stimmt. Hast du recht. Ich hab Anstieg. Und Fehlermeldung? Jetzt, äh, war bezogen auf dieses begrenzt auf so und so viel pro Person, ne? Nehme ich mal an. Beim Einlösen. Ah, okay. Sorry. Ah, ich angepasst. Autofanten sind cool, ja. Möchte noch für eine Stadt benennen. Ich spendiere die Kanalpunkte. Wende, du weißt schon, dass du keine Kanalpunkte schenken kannst. Das weißt du, oder? Auch wenn du im Mod bist. Achso, du willst Kanalpunkte ausgeben. Okay. Na, pass auf. Ähm. Jetzt momentan ist es gerade nur machbar, einen, äh, Stadtname zu vergeben. Denn wir haben gerade noch kein geborenes neues Kind. Und ich mach mal größere Benkelpause. Ihr könnt euch ja drauf einigen. Ich bin gleich wieder da. Hoppla. Falscher, äh, falscher Bildschirm.